Ja, wenn du wissen willst, wie du so eine schöne Bildergalerie, wie hier zu sehen, in unterschiedlichen Varianten auf deiner WordPress-Webseite erstellen kannst, für deine Produkte, für dein Portfolio oder für deine Bildererlebnisse, dann schau dir das Video unbedingt bis zum Schluss an. Ja, willkommen hier wieder auf diesem Kanal bei Digitale Formate, wo sich wie immer alles um das Thema WordPress-Tipps und Tools dreht und heute um das Thema Bildergalerien. Sehr, sehr interessant, also vor allem nicht nur für Fotografen, die sehr, sehr viele Bilder haben und präsentieren möchten, sondern auch beispielsweise für Designer, die ihre Ergebnisse, Kundenprojekte beispielsweise zeigen möchten, wenn ihr privaten Reiseblog habt und Erlebnisse teilen möchtet, wenn ihr bestimmte Bilder habt von Events, die ihr teilen möchtet beispielsweise. Also da gibt es sehr, sehr viele Einsatzfälle, deshalb schauen wir uns heute einmal fünf Möglichkeiten an, wie man so eine schöne Bildergalerie erstellen kann auf unterschiedlichen Weisen, mit kostenlosen, aber auch mit kostenpflichtigen. Plugin-Varianten beispielsweise und auch ohne Plugin. Auch wir nutzen sowas selbst, beispielsweise hier in Richtung Portfolio, mit unseren Webprojekt-Referenzen, um einfach einen besseren Überblick zu geben für jemanden, der jetzt sehen möchte, wie viele Seiten oder mal beispielsweise Seiten sehen im Bereich Immobilien, um das Ganze zu strukturieren, damit man jetzt nicht auf einer Weise direkt mit ganz, ganz vielen Bildern erschlagen wird. Also auch das ist möglich mit einer Galerie. Aber wollen wir gar nicht lange drum herum reden und starten direkt hier bei uns im Backend. Haben dazu wieder eine Testbox hier angelegt bei Rateboxes. Also auch das ist ein super Hosting-Anbieter. Link dazu in der Beschreibung, wenn ihr WordPress-Testseiten beispielsweise anlegen wollt oder nach performantem WordPress-Hosting sucht. Und genau, wir gehen dazu einmal hier im Backend unter Seiten, gehen dann hier auf Erstellen. Ganz einfach, nennen das jetzt mal ohne Plugin-Galerie. Hey, ganz komischer Name, aber damit man es besser zuordnen kann. Und in der neuen WordPress-Version haben wir hier sowieso immer den guten Backeditor mit dabei. Der guten Backeditor ist genau das, was wir hier an Widgets haben, Blöcke, die wir hinzufügen können, ohne Programmierkenntnisse. Und genau das machen wir jetzt einmal. Wählen dann hier als Inhaltstyp einmal Bild aus. Können dann Bilder hochladen. Das haben wir jetzt an der Stelle schon gemacht. Das heißt, wir öffnen einmal die Mediathek und wir sehen jetzt hier, wir können eigentlich nur mal ein Bild auswählen. Wollen aber eine Galerie haben. Das heißt, was machen wir an der Stelle? Sobald wir unser Bild hier drin haben, gehen wir einmal auf das Bild-Logo hier oben. Quasi auf das Icon. Und können dann hier Galerie beispielsweise auswählen. Und bekommen dann hier wieder vorgeschlagen. Und dass wir jetzt weitere Bilder hinzufügen können hier. Ihr seht das, also alle, die jetzt so ein Häkchen haben. Nehmen wir jetzt mal hier 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann hätte man sozusagen drei Reihen. Beziehungsweise sieht er sogar noch weitere Bilder mit hier drin. So. Und wir sehen jetzt, das Ganze hier wird geladen. Also so haben wir schon mal eine ganz einfache Galerie erstellt. Und haben jetzt hier die Möglichkeit, das Ganze noch anzupassen. Das heißt, wenn die Bilder ein bisschen größer sein sollen, dann können wir hier das Ganze auf zwei Spalten gehen. Dann sind die natürlich größer. Können das aber auch auf drei lassen. Können dann sagen, was soll passieren als nächstes. Wenn man jetzt das Bild beispielsweise anklickt, kann ich euch auch einmal gerne den Unterschied zeigen. Wenn wir das Ganze jetzt hier veröffentlichen, uns die Seite anschauen, dann passiert hier gar nichts, wenn wir draufklicken. Das heißt, was ändert sich jetzt, wenn wir das Ganze einmal umstellen hier bei unserer Bildergalerie. Und dann sagen, auf Mediendatei an der Stelle, uns nochmal die Seite hier aktualisiert anschauen. Dann haben wir hier, dass wir uns die Bilder als Mediendatei komplett ansehen können. Also auch das ist eine Variante hier, wenn ich dann draufklicke. Oder ihr könnt auch sagen, zur Anhangseite an der Stelle. Das ist dann die weitere Variante. Da passiert folgendes, dass ihr dann direkt zu der entsprechenden Datei weitergeleitet werdet. Je nachdem, welche Anhangseite ihr da eingestellt habt. Also das ist erstmal eine ganz einfache Möglichkeit, wie ihr ohne irgendwelche Kosten eine Galerie erstellen könnt. Ihr habt auch hier die Möglichkeit, die Bilder zu tauschen. Oder Beschriftungen beispielsweise noch hinzuzufügen. Die sieht man dann, wenn man das Bild jetzt in einer Lightbox beispielsweise öffnet. Also in einer kleinen Schnellansicht. Und genau. Das ist jetzt eine sehr, sehr sinnvolle Möglichkeit, wo drauf ihr achten solltet grundsätzlich, wenn ihr eine Galerie erstellt. Oder das gilt für alle Bilder, die ihr erstmal auf eurer WordPress-Webseite habt. Wenn ihr euch jetzt beispielsweise hier jetzt unter Pexels, ist eine Seite, wo ihr kostenlos viele Bilder, Bildressourcen bekommt. Und habt jetzt hier beispielsweise ein Bild ausgewählt. Wir nehmen jetzt mal eins passend hier zum Beispielsweise irgendwas mit dem Thema Laptop. Haben jetzt hier ein passendes Bild gefunden und sehen jetzt hier, wir können jetzt das in unterschiedlichen Größen runterladen. Wenn wir das in der Größe runterladen, in der Originalgröße, ist das viel zu groß. Also viel zu groß für WordPress. Und das macht eure Seite erheblich langsamer. Das heißt, schaut euch einmal hier auch an. Wenn wir auf Rechtsklick und Quelltext Anzeigen im Google Chrome Bowser gehen, sehen wir hier, welche Größe überhaupt unsere Bilder beispielsweise haben. Also haben sollten. Und ihr seht hier bei der Form, dass es deutlich weniger sind. Das heißt, deutlich kleiner die Bilder sind. Und die könnt ihr im Vorhinein hier wirklich einmal dann schon passend entweder herunterladen oder ihr könnt auf Tools wie IloveImgResize.com oder ResizeImage.net. Da gibt es verschiedene Tools online. Ihr wählt eure Bilder hier einmal aus und könnt die dann alle auf einmal zurechtschneiden für die Galerie. Genau. Also das ist die erste Möglichkeit. Die haben wir jetzt einmal besprochen. Können das Ganze hier auch einmal noch ruhig speichern, damit man sich das Ganze am Ende vielleicht nochmal anschauen kann. Und gehen zur zweiten Möglichkeit. Also die zweite ist jetzt ein sehr, sehr beliebtes Plugin an der Stelle. Das ist das Plugin Modula. Das seht ihr hier schon. Also falls ihr das noch nicht installiert habt oder nutzen wollt im Nachgang, findet ihr das hier im Plugin Store. Könnt nach Modular suchen, nicht Module. Und hier erscheint es schon unter der Kategorie Galerie von WP Chill ein seriöser Anbieter. Also wärmstens zu empfehlen. Und auch das schauen wir uns jetzt hier einmal an. Wir sehen hier als nächstes haben wir die Möglichkeit auf Add New zu gehen. Also erstmal eine neue Galerie hinzuzufügen. Und hier sehen wir schon generell so ein paar Unterschiede zu der kostenlosen und kostenpflichtigen Variante. Also mit der kostenpflichtigen, habt ihr einfach noch deutlich mehr Anpassungsmöglichkeiten, ein super Support dahinter. Und es kommt natürlich darauf an, was für eine Art Galerie ihr am Ende des Tages erstellen wollt. Hier können wir jetzt die Bilder einmal hinzufügen, die wir haben wollen für unsere Galerie. Dann nehmen wir jetzt mal 6 an der Zahl. Und jetzt haben wir hier, ihr seht es, viele Anpassungsmöglichkeiten. Also hiermit ist es auch möglich in der Pro-Variante eine Video-Galerie zu erstellen. Auch das kann für den einen oder anderen Videografen beispielsweise interessant sein. Und habt jetzt hier die Möglichkeit verschiedene Styles einzustellen. Also auch hier das leider in der Pro-Variante. Wir lassen jetzt mal die Creative-Galerie. Können hier die Abstände regeln. Die Größe, generell nochmal die Bildgröße. Wie hoch sollen die Bilder sein. Ne, beziehungsweise die Galerie hier an der Stelle. Dass die immer durchgeschaffelt werden sollen. Also in zufälliger Reihenfolge erscheinen sollen. Und gehen dann hier einmal auf Speichern, beziehungsweise Save Gallery. Haben jetzt hier unseren Shortcode. Und ein Shortcode ist ja immer dafür da, um den an der entsprechenden Stelle einzufügen. Modular nehmen wir jetzt mal hier die Seite. Können jetzt hier dann unter Shortcode auch im Gutenberg-Editor uns das Ganze ausgeben lassen. Gucken wir uns auch hier einmal die Seite an. Und ihr seht, okay, hier ist die kreative Galerie. Mit einem Pop-Up-Lightbox-Fenster und mit Titeln versehen. Also auch das könnt ihr hier alles anpassen. Und da gibt es noch deutlich mehr Varianten, auf die wir jetzt gar nicht so schnell eingegangen sind. Also wenn wir hier nochmal ins Backend wirklich reingucken. Unter Modular in die Einstellungen. Allein von dieser einzelnen Galerie hier, haben wir hier noch deutlich mehr Möglichkeiten. Wir sagen hier, das soll in der Lightbox. Wir können auch direkt zum Bild beispielsweise verlinken. Wir haben hier die Möglichkeit noch Social-Icons einzubinden. Den Style halt wie komplett anzupassen. Dass ihr beispielsweise sagt, die Bilder sollen viel runder aussehen. in Custom-CSS hinzuzufügen. Also wenn ihr bestimmte Anpassungen vornehmen wollt. Und ihr seht auch hier, es gibt verschiedene Hover-Effekts. Also wenn man mit der Maus einmal drüber geht an der Stelle. So, da habt ihr hier sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie das Ganze aussehen soll. Hier in der Premium-Variante vor allem nochmal sehr, sehr schöne Effekte. Wenn ihr euch das Ganze einmal anschauen wollt, was es da für Möglichkeiten gibt. Oh, dann geht gerne einmal auf die Modular-Seite. Hier wäre jetzt mal beispielsweise so ein Slider, den man einrichten kann. Der dann auch von mir aus automatisch durchläuft, wenn man das möchte. Also hier gibt es wirklich sehr, sehr viele Filter-Effekts. Vor allem auch, wenn ihr eine Galerie mit Filtern erstellen wollt. So wie wir es hier jetzt beispielsweise haben. Nach bestimmten Themen einfach sortiert. Das wäre also die zweite Möglichkeit. Gehen wir direkt rüber in Möglichkeit Nummer 3. Und dafür haben wir auch schon hier ein Plugin vorinstalliert. Können wir einmal reinschauen hier. Und das ist einmal die Envira-Galerie. Auch davon gibt es wieder eine kostenlose Variante und eine kostenpflichtige. Können wir auch hier ähnlich auf Neu hinzufügen, um erstmal eine Galerie beispielsweise hinzuzufügen. Können hier auch beispielsweise sagen, wir wollen wieder Medien von uns hier hinzufügen. Nehmen wir jetzt mal eine, Insert Gallery. Können dann hier das nächste beispielsweise nehmen. Man kann auch natürlich, wenn man das Ganze abkürzen möchte, hier jetzt direkt mehrere nehmen. Also muss die nicht einzeln. Weil die jetzt gerade nicht hier erscheinen. Wieso nicht? Ach, weil wir jetzt gerade unter anderem glaube ich dieselben ausgewählt haben. So, wir fügen jetzt hier mal ein paar ein. Und auch ihr seht hier wieder ähnlich gehalten. Also sobald ihr klar habt, welche Bilder ihr in der Galerie haben wollt, könnt ihr hier Konfiguration annehmen. Wie viele Spalten sollen es sein? Können wir hier auch wieder sagen, es sollen drei sein. Können hier, das ist der große Vorteil, auch irgendwo das Ladeverhalten noch beeinflussen. Das ging aber bei Modula auch. Ihr wollt jetzt schließlich nicht, dass durch die Galerie eure Webseite sehr, sehr langsam lädt. Deshalb macht es an der Stelle Sinn, sich vorher Gedanken zu machen, welches Plugin da in Frage kommt für eure Galerie, für euer Vorhaben, bevor ihr wahllos alle einfach installiert. Könnt dann hier wieder die Größen einstellen, auch vom Bild selbst. Die Bilder können auch leicht zurechtgeschnitten werden, aber da klare Empfehlungen, das vorweg wirklich zu machen. Leuchtkasten ist hier quasi übersetzt die Lightbox, welche ihr da haben wollt, in welcher Größe auch die wieder erscheinen sollen. Mobil Features, damit das Ganze responsive auf dem Handy auch eine gute Optik macht oder welche Optionen es da gibt. Habt ihr in der Pro-Variante, genauso wie bei den Videos und Social-Möglichkeiten. Also das ist alles in der Pro-Variante verfügbar, aber wir schauen es uns jetzt erstmal in der kostenlosen Variante an. Haben auch hier wieder unseren Shortcode bekommen. Zwei verschiedene, falls wir nur wirklich eine bestimmte Galerie einbinden wollen. Und das Ganze jetzt mal hier in Vira zur Zuordnung. Auch das einmal als Shortcode rein. Und zack, ist das schon fertig. Schauen uns die Seite einmal an im Vordergrund. Also hier ist natürlich, jetzt muss man auch dazu sagen, ein sehr kleines Layout gehalten. Wir haben hier noch eine Sidebar am Rande. Wenn man das jetzt alles ausblendet, kann man das natürlich noch deutlich schöner und größer darstellen. Das seht ihr hier auch auf der Seite von Envira, die wir mal gerade aufrufen können. An der Stelle als Demo. Und da seht ihr hier, da gibt es tolle, schöne Möglichkeiten. Die, die wir am Anfang gezeigt haben. Aber auch beispielsweise, wenn ihr jetzt hier ganz klassische haben wollt, mit Untertiteln. Also wieder in der Lightbox-Form. Ihr habt hier sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, die ihr nutzen könnt. Auch mit WooCommerce unter anderem. Als GIFs, mit Zoom, mit Texts, mit Watermarks. Also Wasserzeichen. Schaut da gerne rein. Also die Links stelle ich sowieso in die Beschreibung, wenn ihr euch das Ganze genauer anschauen wollt. Da könnt ihr euch auch einmal über die Preise erkundigen. Also hier jetzt nicht gerade die Welt. Je nachdem, was man jetzt an der Stelle haben möchte. Aber schon hier mit 14 Euro pro Jahr habt ihr hier unbegrenzte Galerien drin für eine Seite. Also wirklich nicht viel an der Stelle. Also so viel zu der Envira-Galerie. Gehen wir direkt weiter zu der nächsten Variante. Hier der Next-Gen-Galerie auf unserer Liste. Und wir sehen hier, haben wir schon mal eine neue Galerie eingefügt. Ansonsten würde ich hier auf neue Galerie erstellen. Dem Ganzen einfach einen Namen geben und auf OK drücken. Sobald ihr das getan habt, könnt ihr dann unter Galerie slash Bilder hinzufügen. Ja, eure Bilder hinzufügen. Wählt hier die Galerie aus dementsprechend. Sucht dann nach euren Bildern, die ihr jetzt hinzufügen wollt. Dann nehmen wir jetzt mal beispielsweise ein paar Bilder einfach an der Stelle. Klicken auf Upload. Dann läuft hier ein Fortschrittsbalken durch. Das Ganze wäre jetzt schon längst fertig, wenn unsere Bilder kleiner wären. Also dafür hier wirklich die vorher einmal unbedingt zurechtschneiden. Oder zumindest komprimieren. Komprimieren heißt an der Stelle einfach die Bildgröße zu verkleinern. Dafür gibt es zwar gesonderte Plugins. Aber deutlich schöner ist es da häufig an der Stelle, wenn ihr eine kleine Seite habt, es ganz einfach von vorne rein zu komprimieren. So, wenn wir hier in die Übersicht gehen, dann sehen wir auch hier, dass wir wieder eine kostenlose Variante haben, in der wir uns gerade befinden. Und eine Pro-Variante. In der Pro-Variante ist hier deutlich, deutlich mehr drin. Also würde ich euch empfehlen, wenn ihr bestimmte Features davon benötigt, können uns das Ganze hier auf der Webseite einmal von NextGen von Imagely ansehen. Also hier haben wir sehr, sehr viele verschiedene Layouts wieder, die wir verwenden können. Also ihr seht das hier, da sind schon sehr, sehr viele schöne Möglichkeiten, die ihr da nutzen könnt, um ja eure Galerie einfach noch aufzupeppen. Ihr seht es hier beispielsweise, da sehen wir unten noch solche Thumbnails, also kleine Bilder. Und da gibt es noch deutlich mehr Varianten, um das Ganze zu erstellen. Also dafür gibt es hier einfach eine super Demo, damit ihr euch das Ganze unverbindlich einfach auch im Vorfeld anschauen könnt. Auch hier wieder das Pricing sehr, sehr gering. Also wirklich 21 Dollar pro Jahr in der ersten Version hier. Oder bei mehreren Seiten 70, alles verschmerzbar. Und sobald ihr diese Galerie hier erstellt, angelegt habt, geht ihr auch hier wieder auf eine neue Seite. Sagen wir jetzt NextGen zur Zuordnung. Und jetzt können wir hier im Gutenberg-Editor sehen, dass hier ein Block da hinzugekommen ist, den wir jetzt hier einfach reinziehen können. Und sagen dann auf Add Gallery. Und da sehen wir hier direkt, dass wir schon mehrere Inhaltstypen auswählen können. Also auch in den Einstellungen hier natürlich von NextGen habt ihr nochmal, ja einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten. Aber wenn wir jetzt erstmal von einer Basis hier beispielsweise ausgehen. Schauen wir mal gerade, ob wir es richtig gemacht haben hier an der Stelle. Galerien verwalten. Wir wollen, genau, einmal die Galerie als solches. Wir können hier auch für eine bestimmte Galerie suchen. Hier kann man sie auswählen. Das hatte ich nämlich gesucht. Könnt auch hier direkt nochmal ein paar Einstellungen vornehmen an der Stelle. Also das wirklich sehr, sehr genial. Oder weitere Bilder hochladen, ohne dass ihr nochmal extra ins Plugin rein müsst. Sagt Insert Gallery. Galerie da an der Stelle veröffentlichen. Und wir uns das Ganze jetzt im Vordergrund ansehen. Dann haben wir hier genau unsere Galerie, wie wir es jetzt wollten. Also auch da habt ihr, ihr habt ja gesehen, sehr, sehr viele Möglichkeiten, um einfach eine sehr, sehr schöne Galerie an der Stelle zu erstellen. Also das wirklich auch eine super Option, um eure Galerie zu erstellen. Und dann haben wir eigentlich nur noch ein letztes Plugin auf der Liste. Also das ist das letzte hier. Und zwar, das ist die Galerie bei Substick. Also Substick. So ist es richtig. Und hier auch wieder ähnlich vom Aufbau her. Ganz selbsterklärend. Ihr geht hier auf neue Galerie. Und dann habt ihr jetzt die Möglichkeit schon, ja, einen bestimmten Galerietyp auszuwählen. Auch hier wieder in der Pro-Variante. Könnt ihr euch gerne anschauen. Hier habt ihr noch deutlich mehr Möglichkeiten. Auch hier wieder eine schöne filterbare Galerie. Also ihr seht es hier, dass sich etwas bewegt noch in der Galerie. Also ein echter Hingucker in einigen Bereichen. Um einfach nochmal, ja, das Portfolio an der Stelle schöner zu präsentieren. Also da habt ihr viele Möglichkeiten und Anpassungen ebenso. Nur, dass ihr auch dementsprechend Vergleich habt. Wir nehmen jetzt mal an der Stelle hier die Standard-Galerie. Geben dem ganzen Namen, sagen Standard. Jetzt steht da neue Galerie erstellt. Und auch hier kommen wir wieder in die Einstellungen. Sehen hier unseren Shortcode. Also der bleibt grundsätzlich erstmal gleich für die Galerie. Weil es ID 1 ist die erste, die wir angelegt haben. Können das Ganze auch duplizieren, wenn wir die mal zwei, also kopieren wollen, die Galerie. Und können jetzt hier auch ähnliche Vorstellungen vornehmen. Vor allem immer hinsichtlich der Bildgröße und der Abstände. Abstände noch interessanter, weil die Bildgröße solltet ihr, wie gesagt, vorher am besten zurechtschneiden. Könnt dann hier sagen, welchen Typ wollt ihr haben an Galerie. Ihr könnt mehr Ladenschalter einbinden in der Vollversion. Das heißt, es laden beispielsweise sechs Bilder auf eurer Seite. So wie wir es bei uns auch haben hier an der Stelle. Und dann kann man auf mehr laden einfach noch weitere angezeigt bekommen. Weitere Bilder und hat nicht 30 auf einmal. Genau, ihr seht hier noch weitere Einstellungen. In welcher Weise das Vollbild. Sollen die Bilder Schatten-Effekt haben im Hintergrund? Wollt ihr einen bestimmten Button? Wollt ihr, dass was passiert hier beim Scrollen beispielsweise? Bestimmte Attribute, die ihr festlegen könnt. Und ja, nochmal erweiterte Einstellungen. Wobei jetzt nicht viel ist, bis auf die Zugriffsberechtigung jetzt an der Stelle. Haben jetzt wirklich hier unsere Galerien. Kopieren uns hier nochmal den Shortcode raus. Gehen auf Neu. Das Ganze jetzt einfach Gallery5, weil das ja unsere fünfte sein sollte, wenn ich nämlich nicht verzählt habe. Können auch hier unseren Shortcode einfügen. Gehen auf Beitrag ansehen. Na, wir haben was generell als Beitrag, was mich gerade wundert. Weil wir es eigentlich als Seite ja erstmal erstellen wollten. So. Beziehungsweise, da wird jetzt sehr wahrscheinlich nichts erscheinen. Ist gerade nämlich eingefallen. Hier seht ihr es. Es sind natürlich noch keine Bilder hinzugefügt. Haben wir direkt einen Schritt übersprungen. Auch das können wir einmal machen. Müssen da eigentlich nur dann einmal auf Bilder hinzufügen. Können das aus unserer WordPress-Galerie hier auch importieren. Und das hat schon mal soweit geklappt. Können hier einmal auch auf Speichern. Ihr habt auch gerade gesehen hier beispielsweise, dass ihr noch, ja, auch hier die Möglichkeit habt, das Ganze aus Videos, Videos hinzuzufügen, beispielsweise von YouTube oder die selbst gehostet sind, von einem FTP-Server, von Facebook-Account würde ich eher über das Plugin abraten oder Instagram-Account. Die könnt ihr vorher beispielsweise über Instagram runterladen. Dann braucht ihr an der Stelle gar keinen Zugriff, dem Plugin erteilen. Wer beispielsweise GIFs auch das benutzen möchte, also so kleine Bewegt-Animationsbilder, auch das supporten einige der Plugins hier, wenn das für euch eine Rolle spielt. Aber wir gucken uns jetzt einmal wirklich die Galerie erstmal an als solches, die wir jetzt hier gerade angelegt haben. Gehen auf Anschauen. Und siehe da, das ist jetzt natürlich ein sehr kompaktes Layout hier, auch wieder wegen den Seiteneinstellungen. Das könnte man jetzt im Customizer bearbeiten, dass hier beispielsweise die Seitenleiste entfernt werden soll. Vielleicht wollt ihr aber auch gerade das, dass ihr das hier an der Seite beispielsweise implementiert. Auch das geht über die Widgets dann. Und auch hier haben wir wieder unsere Lightbox und können dann hier uns Bild für Bild durcharbeiten. Also ihr seht es auch hier gerade, wenn man das gesehen hat. Einmal vorher und dann das nächste. Das hat jetzt nicht so einen großen Unterschied gemacht, dass es nur ein bisschen größer ist. Aber bei Galerien, wo es schlecht optimiert ist, wo man vorher nicht die Bilder zurechtgeschnitten hat, sieht man sonst wirklich erst ein ganz kleines Bild und dann ein Riesenbild. Was natürlich unschön ist in der Optik. Hier habt ihr sogar noch die Möglichkeit, euch das komplett im Vollbild anzuzeigen. Auch das eine schöne Funktion, nicht nur für Fotografen an der Stelle. Ja, das waren soweit jetzt alle fünf Plugins wirklich. Alle fünf Lösungen um einmal, beziehungsweise es waren ja nur vier Plugins. Aber insgesamt die fünf Lösungen, wie ihr eine super schöne WordPress-Galerie erstellen könnt. Wenn ihr euch dazu mehr informieren wollt, schaut gerne in die Links in der Beschreibung. Ansonsten hoffe ich euch, dass das Video euch gefallen hat. Wenn das der Fall ist, dann lasst hier unbedingt ein Abo da und supportet den Kanal für weitere Videos, für weitere Plugins oder Lösungen, die wir vorstellen sollen. Wenn ihr bestimmte Wünsche habt oder Anregungen für die nächsten Videos, könnt ihr die natürlich gerne in die Kommentare stellen. Und wir stimmen dann einfach ab, wenn viele dafür sind, dass wir das wirklich im nächsten Slot mit aufnehmen an der Stelle. Und ja, dann wünsche ich euch nur noch viel Spaß bei der Umsetzung eurer Galerie. Wenn ihr Fragen habt, wie immer unsere Kontaktdaten in der Beschreibung. Ansonsten freue ich mich auf das nächste Video mit euch. Bis dahin, euer Joey. Ciao, ciao. 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 Ciao.